haben wir los ich bereite mich seelisch vor wo wir von maria in der hand ist einer mit dem schild war aber so weit ganz ja noch mal wieder mit 62 also ich dachte explodiert war noch meine meine super des todes welt was erscheint bald alles klar also erst in eine stunde wahrscheinlich ja stand da gerade weg ich guck mal gerade steht mir sowas legions ereignis ich sehe nix okay in 14 minuten wo ich dabei schaffen also wir spielen jetzt ja gerade voll durch was wir dazu hat so zu spielen ein absoluter pro zu spielen da soll ich nicht denken als ja genau da war ich der hat meine ramme geburgt der hat sich nicht haben lassen aber aber die grobe des toten mannes noch nicht bereit oder was der droppt gerade ja ich sag einfach so random irgendwelche dungeon da haben da bin ich gelabelt mal der geister ich habe euch weg hatten die viel aus aber wenn es kraft stärke mehr stärke natürlich mehr stärke müssen wir auch fragen doch mal da und um den blocken denn hier also macht er gerade ein anderer geschwollt ich muss warten fast fast besser gerade der eine irgendwie sich klon von sich erschaffen und geist hat sich in anderen geist irgendwie geklont oh gott oh gott ich muss aber genau drauf irgendwie alles auf kleine schüsse auf mein gesetzte hat weil auf kleine schüsse oder so eingesetzt die machen einige sachen und die kriege mit einem schlag weg mitten in der schlacht hat man einfach nur so eine maus sterben ja habe ich auch gehört ja 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 so kann aber übrig tagebuch jetzt mal reinschauen erstmal in die privatsphäre von dem typen eindringen damit er aber nicht dagegen haben naja tote leute haben eigentlich die meist privatsphäre und darüber nachdenkt naja naja ich hab dir mal den hebel ja wenn ich kann ich habe den anderen schon aktiviert ok warum weiter jetzt zunecht durchs bienen gerade wir brettern hier auf voll durch nachdem ich gesagt waren selbstmörder oder stürme nach schon mal der abscheulichen nicht mal eine sekunde nachdem ich gesagt aber wir sind voll krass drauf was er hier habe ich zurück wo wirklich auch kollege immer mehr gegner wieder belegen weg da ist auch schon wieder einer da ist ein rappeltyp ich weiß habe ich hätte gedacht ich weiß habe ich hätte gedacht deswegen ganz kurz ab wo ist der der die rassel schwingt wo ist der schwinger der rassel wo sich was ich ja genau deswegen wieso hat mich das nicht geht ja ich gehe schon auf ihn los und er ist tot er hat nicht so viel ausgehalten irgendwie ich habe mich auch nur gedreht gott war schon wieder kürste auf lassen sind voll aus der mode kürze nee nachdem wir schon ein bassraum wo der bassraum danken naja hier ist eine truhe schreien da ausgezeichnet dann sucht ein gott aus und betet dann haben wir gewonnen da glaube ich also nicht hallo drohe keine volle hier ist um götze gefallenen massaker da können da einfach warum so viel schaden so gott die ganze zeit sieht immer aus wenn ich voller bei gesamter balken ist grüne geht ganz lang sein hausen ich bin auch vor ein gedüstet kaputt sieht immer so aus ist nicht voller ap weil es als grün so nahe in der batterie zustand von dual sense wireless controller ist schwach da muss ich den gleich mal in aqua einstecken eine sekunde unser kabel das ist so dunkel ich sehe nichts so mein problem ist gelöst wo ist denn da los ich habe schon wieder so ein rastler irgendwo zwei es ist getting out of hand ich sehe eine feuer schwäche bei mir aber ja aber in den ganzen haben wir erledigt soll ich machen okay mach du ja da geht es jetzt kaputt also da kann kein feuer ja schon habe ich nur 33 feuer und blitz habe ich am wenigst kann man auch mich da wohl kann die ganze zeit und auch die komischen blitz lanzen da auch ein brettchen gucken oder so ich habe aber keine widerstand sagen sagen die wir sowas sind auch muss haben irgendwo ein den billig hier habe ich nicht mehr so viele punkte ich nicht mehr schaden macht sein bild andern da soll nicht beschweren die ganze zu sterben da ja 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 aber ja 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 na auf hier durch komme aber du bist schwer rasseln ist klar wie noch nicht immer weg heute jetzt wollen wir uns alle mal kurz ich glaube ich ja durch komme nicht so wiederbeleben erst mal wieder sofort hat er was getroppt hat heute eine tut ihm aber die ganze wieder blieben man hat eine ramme eine gezielte und so waren alle weg wegen der nächsten todeskolben wenn aber hier sich der götzen des kobolds wo ist ein rasselschwinger hier der meinte wodka kann man gar nicht haben soll der ist weg also wieder sehr freundlich hat schon wieder feuer was um okay no macht euch bereit ja 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 ich höre schon mal gar nicht haben mein gott endlich auch mit der rassel nummer man kann ja weil ich jetzt als erstes losgehen soll mein gott von den finden ja noch naja mein gott wenn man groß hat mich da und hat mich gefehlt bei er scheinbar das gibt es naja jetzt zu die wieder alle ja wieder beleben da soll ich du warst okay weil ich schon die alle wieder verlieben die bringen wir alle um neu unsere belohnung die finger von hinten weg mein ultimate ist nicht nur ein schlag entfernt heißt im unterschub des schamanen das ist doch dieser eine raum da hier ist das glaube ich gesagt dass er sehr bass man muss hat sich nur verspätet hey wie geht's na aber der tut ja auch wieder blieben er belebt sie wieder bevor du sie wieder blieb ich würde wie tank aus der haus blieb Ah und jetzt sehe ich das nicht ich bin tot was durch was aber auch mal weg wollte ich das hier ich glaube ich wollte 0,2 prozent mehr nur in der welt poste weg glaube ich so schnell durchgekommen war wir waren voll gut und dann nicht mehr so und dann doch wieder da wird 62 kein problem ich versuche mich zu erinnern wo ich diesen dings her bekommen ab dieses ausrüstung ging mir ja so viel widerstand gegen alle schadensarten alle wert alle werte maximals leben das richtig extrem gut ein einzigartiges ja das ist glaube ich meine barriere das ist auch eine gute aber noch drei dinger dann kriegt gift widerstand dass meine gift schwächer weg und davor kriegt noch fünf prozent da müsste ich bei 42 52 sein ich muss warten ok 63 grube des toten mann ist auch schocklanzen mit was für was war ein gefühl fühlt sich das wenn ich das sage schocklanze ich habe gar keine bonus als klar first you got my interest but now you got my erection ok ok calm down grube des toten mann es meint hier sind viele menschliche elixier des menschenschlachtens aber sind das männer ist hier schon denken boss wird schon klappen schaden gegen kandibalen banditen ritter der reue und kultisten einer von dem wird ja wohl herumlaufen bei der zweiten boss macht dich bereit ich mache hier hat war dann lucas blasen schlag und dann in den blasen in getan das doppelt so viel blasen schlag doppelt so viele blasen kaputt naja muss träger hey wie geht es hat nur so eine atomexplosion die alle kühle abtab jetzt darauf ist wieder eis und schock lands nach ja genau heute geht um ein bisschen weg ich habe eine barriere nach unten so jetzt bin ich tot so schnell am rennen ich meine meine schuhe die geben mir einen schnellen bonus irgendwie wenn ich irgendwann mag der ausgang neue sind keine blitzlanzen ja ich kann da rein pass auf ich gehe da rein okay nein das war ein erledigt er war nur drei oder ja ich bin gerade gedacht beide nicht das hat er wieder voll energie dieser sagt also für lanzen kommen wir hin genau hier aber auch hier ist ein boss wieder mich gar nicht bewegt sind aber auch nicht zurück 70 prozent mal ein paar kleine zeug hier weg ich kann nicht haben ich kann ausstechen ja ja da wollte erstechen da habe ich eine peitsche über den kopf so falle nächster was jetzt mal dir der eine weggeflogen ja ich will da raus eine gifte ja das explodiert betäubt ich bin beteiligt kann ich nicht bewegen und und ist euch bei der einer gemacht diese mal wird mich nicht aufhalten sprang einfach darüber warum hätte er so viel aus hey du bist nur ein wiedergänger ich muss warten das nächste halbe geht es nicht wenn er tot ist das ist ein spektal ich glaube ich sollte mich immer näher weil ich da näher bin dabei mit ein fernter bin nein ist irgendwie nicht geheilt man geht in die energie aus so wenn ich schon wieder die hölle los ist noch mal ein bisschen zurück gehen wir noch ein bisschen weiter zurück gehen wir noch ein bisschen nachher viele dinger sind mir ich komme jetzt hier rauskommen ist einer gestorben noch von irgendeiner danke ich bin noch nicht weg ich war gar nicht angegriffen hat aber ich bin mir toll nein gewäck von mir gut der bringt mich um der typ der steht jetzt einfach hier naja hat mich gestochen ich habe ich habe zurück gestochen hier sind gemeing gefährlich was auf du hörst du auch damit ich bin noch nicht dafür aus auch haben wir schon alles nach hier noch wir haben schon ein bisschen zu wenig platz hier für so viele explosion danke sagen das kann ich unendlich drehen befreien ich muss ja okay ja mann wer schmeißt hier die ganzen blitz lanzen bist du das aber aber ich muss ja auch weil ich die eisstatue durchgebracht wir sehen wie die einzelne teile ich die gegen geflogen jetzt abfalle und gott das geht ja schon wieder voll außer kontrolle ich habe da oben glaube ich noch ein paar getriggert da geht es nicht weiter weg lass mich durch immer kurz immer ein bisschen stück jetzt solche ultimate aber die haben mich eingeholt oder ich da kommen wir meinen stressball nein warte mal ich habe ein paragon punkt stärke sagen jetzt nur ein ding dann kriege ich wieder stand und dann kriege ich den knoten für gift widerstand und dann jetzt richtig rund wo aber feuer da war man ich bin tot sind so dicke typen bastard schwert okay wo es denn hier aus ja die abfreund getriggert das war ein bisschen zu viele gefangene müssen wir ja befreien als ja du bist ein heiliger alter waren wir nicht gerade ein aktiviert man man oh god ach quatsch werde ich auch selber befreien können schon wieder lila schreien der gehr wir sind freiheit wie weh aus warum sind in der zwei feuer tüten ich bin noch nicht jetzt mal wenn ich haue die gold droppen sehen regnet voll gold raus er bringt selber und in dem ich mich anreizt ja im pfeiffer gold gedroppt die alte sehr hilfe mehr er ist ein schatz was ich weiß ja er hat ja ich glaube du unterschätzt meine g bei mir so gegenüber fliegen der konstellation von himmel und sterne sind wir auf dich gerichtet meine güte wie viele legendäre vermachte klamotten krieg dann ja okay sind wir am gewinnen oder sind wir verlieren hier ist noch ein schreien was zum gegner kräfte von ihnen sind weg wir sind tot eine gezielte rammer und die waren weg dann gehen wir wieder was wir druck weil er muss die druck weil er ja von dem schwein war ich dachte jetzt noch ein schreien so viel schreiben ja okay also dass unser unser bonus die anscheinend meine güte ich muss warten ich bin tot nein ich hab gefehlt ja und gehen die wiederbelebungen also hart zuschlagen naja wer knapp hier noch mal ich mag diese konzentration er hat nicht das ist ein blöder armbustyp hier nicht so scheinen dicke schaden könnte etwas knapp werden hier ein vermachter brustschutz ich nicht brauche der ist um fünf punkte stärker ist klar aber da habe ich meinen dornenpanzer drinnen fangen wir mal langsam an zu glauben ist auch nicht mehr so gut er wird schon irgendwas bringen schreien da ist das war verdammt wenn ich mir merkt ich bin ja noch alles ab ich bin ja noch künftig das ist nicht gut für meinen blutzucker mutter als ab ich muss warten ich muss warten ach oh gott und da war es naja eine wiederbelebung haben wir noch oder ich nein die abenteuer über werden sterben da kommt noch ganz viele gegner auf sich zu neu so weg nur gesehen wie alle roten punkte auf einmal verschwunden sind ich habe so ist das wort da ist sogar einer vielen dank dass ihr mich gerettet ich glaube ich werde die stadt nur mehr alleine ein alles klar dann trinke ich mal kurz ein schluck und königsschlechter hoher der letzten gefangenen haben wir da noch dann müssen wir nur den boss plätten ich würde sagen wir machen erstmal den boss wenn wir schon mal einen kassieren ich wusste ja kommt mit wat studia boss dieses dann war sogar na klar ja ok oh mein gott ich muss meine sachen reparieren ja 63 geschafft ich tue so viel müll ich tue so viel müll einsammeln in hoffnung hat er eins davon irgendwie neu ist oder so war nix absolut gar nicht stärke hier stand gegen feuer ringe für eisenau und sagen also in den kommentaren nein so wenn jetzt mal habe ich 64 richtig also noch eins zu kann man erledigen zum abschluss persönlich verwalt für den einen habe ich nichts mehr für den von den vampir kollegen musst du dann die eine ausgeben natürlich natürlich da gehen wir mal hin noch irgendeinen drop noch so zum abschluss kommen so ein geiles amulett als meine augen betont und bessere macht hat ich glaube einfach nur mit mein pferd an den gegner vorbei die hauen mich alle sterben an meinen dorn ich glaube aber nur ich hoffe so guck mal auf mich so komm herr du rät ja mein pferd gekillt ja noch mal schnell weg sind noch mehr wieder spieler sind ich habe es gehört oben unten ist einer da ist ein spiel alleine ich habe jetzt reingegangen nein doch mehr so einer mein körper schneller bringen charaktere im tarnmodus ich dann ja vampir massaker für 10.000 vampire belohnung ich habe kein blut mehr ich habe nur noch vier ich habe 31 kohl hallo mein spendierer grüß gott ihr boben ich würde ja auch schon immer vielleicht war dann einer von seinen minions glitschner matrix blitz einfach mal viel schaden ich habe nichts einzigartiges bekommen nur schon wieder